Okay. Dann such mal ne Mission aus. Ungemacht. Und wir haben den perfekten Wagen und somit herzlich willkommen zu Fuck Wife und ich hab ne MD. Wo hast du denn du ausgesucht? Kriegst du keine Dings? Nein, ich seh grad nix. Einmal, wir müssen zu dem Gefängnis, Haupt County. Wo sind das? Ja, das ist wieder ganz im Nordosten, glaub. War das? Ich weiß nicht, ob ich da ist. Mission drin gehabt. Was hast du gefunden? Hä? Meine Markierung nicht. Ich seh die nicht. Ah, da warte, ich seh jetzt eine blaue Spur. Gefängnis, Haupt County. Wir müssen wieder durchs halbe Land fahren, aber dafür haben wir diesmal eine MG dabei. Also auf meinen Hund auf. Ey, ich muss erst mal gucken, wie ich hier rückwärts fahre. Wir brauchen definitiv ein schnelleres Auto. Ja, aber dafür haben wir jetzt ein MG drauf. Ja, okay, stimmt auch wieder. Also rein und alles wegknatzen. Wursch! Okay, ist schon ein bisschen langsam, dass es umgeht. Wow! Oh, was machst du? Das war der, der ist mir entgegen gefahren. Was, der hörst du oder wie? Nein, der LKW. Das ist ja gar nicht. Ich lass den erstmal da durchfahren. Oh, jetzt geht er rein. Oh, wieder gebrochen. Was war das denn? Keine Ahnung. Wow. Ich hoffe, ich mache nicht unser Auto dadurch mega kaputt. Nein. Ich habe nicht so schnell drehen mit dem MG. Ja, dann ziehe ich die ganze Zeit nach hinten. Ja, aber dann sehe ich ja nicht was. Ja, aber dann geht es gut. Ja, der LKW zu befinden. Ich bin hier jetzt und habe sulla SAS zu befinden, weil es heute ist und verrückt ... Marc macht das eine ganze Letzte. Ich weiß nicht, als ich, oder? Ja. 浪5, dasundo den plugge. Ja, dann lass mich mal Sorgen. Ja, dass das hierbit zu da gehen. Ja, ich mache dabei. Sind dann ein ja auch gerade mal gewirkt ja. Ja, ich mache das erst mal auf der anderen Weise. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ja schon ziviler. Du hast recht, mit dem Ding ist nicht so schnell drin. Ja. Das ist schon übel. Bleib mal stehen. Was? Ist ja weggespawnt. Oh man. Hat uns doch einer verfolgt. Da vorne ist einer. Der ist schon tot. Warte, das muss kaputt. Kaputt. Oh man. 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 Ich glaube aufpassen, da sind da teilweise auch Zivilisten da. Ja, sorry. So wie du fährst, kann ich nicht gerade schießen. Ah, jetzt bin ich wieder. Ja? Wie viele Zivilisten hast du erledigt? Äh, null. Der siehst du. Mein Fahrstil. Ey, bleib mal hier. Fangen wir da rein. Oh. Oh. Darf ich weiterfahren, wenn du möchtest. Oh, Achievement? Ja. Ja, und fürs Überfahren gibt es auch, oder? Ja. Wie viel brauchen wir da? Ähm, ich glaube 25, 30. Da, da. Bats. Ah, ne, mitgenommen. Wenn man schon so weit fährt. Genau, kann man auch ein paar Achievements unterwegs wollen. Ja, jetzt ist ich gerade so ein bisschen Ruhe, oder? Drei, zwei, eins. Da. Nein, nein. Oh. Aber das waren beide, oder? Nein, du hast den Zivilisten umgefahren, aber er lebt noch. Was? Er lebt noch. Okay. Oh, die Kuh. Juh, hast recht. Macht Spaß. Ey, das sind Außenposten. Ja, komm mal, aber. Das muss ich mal machen. Hat hier. Mega weit weg. Zwei Meter daneben. Ist mega weit weg. Zwei Meter. Guck mal, wie weit ist noch ich? Schnellen Schrein. Schieß mal rein. Oh, töte keine Unsch... Was? Ich kann doch nichts dafür, wenn der Idiot daneben steht. Oh, Mann. Ich hab nur auf den auf dem Truck geschossen. Ja, passt doch. Dann werden sie gewettet. Genau. Die können ja sonst hier nichts. Joop. War das schon hin? Da war... ...wieder... Ja, die, die so grün leuchten, die halten ein bisschen mehr aus. Ach so. Oh, aber unser Truck geht langsam kaputt. Ja, klar. Kommen wir an, kaputt. Und dann Megaschießerei. Oh, voll viel Rauch. Oh, 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 oh. Nein. Der war wohl im Fall. Der hätte es nach rechts ausweichen müssen. Ich hab ja nach rechts, aber der ist noch weiter nach rechts gegangen. Mhm. Würde ich auch so sagen. Da, da, da. Ah, wir haben gleich zwei oder drei. Ne, zwei. Der rüttelt sich nicht gut. Der hat gerutscht, Alter. Der hat ja nicht voll weit gerutscht hier. Hallo, hallo, hallo. Komm wieder rein. Der hat geballert. Ja, da dürfen wir erstmal gucken, was da so passiert. Okay, das sind... Das sind doch unsrechte. ...Zurrissen, ja. Ich kann mal ein bisschen helfen. Jo. Okay, ich greife rechts an, du links. Dann kreisen wir die ein. Mal weiter rein. Hey, bist du das, Rookie? Gott sei Dank. Hilf uns hier mal. Da, 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 da. Oh, der schlägt nicht. Okay. Das war's. Ja, ich hab ja mit dem G richtig reingehauen. Ich brauch einen Sanitäter. Ich weiß, dass der Waffe klemmt. Rookie. Da hast du uns den Hintern gerettet. Die werfen sich jetzt schon seit Tagen gegen diese Mauern. Und hören nicht auf. Das ist ein echtes Hornissenest. Wachst auf der Straße! Verdammt. Sani! Rookie, ich brauch dich auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer, sitzt ne kleine Wand. Seh. Oh, geil, Arsch. Was? Ich hab'n verpasst. Ist das ein M.G. oder so? Nein. Kein M.G. Joa, voll ins Bein. Einfach auf die Hetzversicherungs-Sachen schießen. Das ist das Einfachste. Toll, ich hab' wieder nur eine Pistole umbogen. Sie sind an der Westmauer. Sie kommen auf dich zu! Westmauer! Oh, kann ich wieder hin? Äh, Westmauer, da hinten. Ja. Habt'n schon. Oh, da kommen noch mehr. Westseite, pass auf! Sie kommen von der Westseite! Der wackelt manchmal so übel. Aha. Der kommt hoch, der kommt hoch. Ja, ja. Oder doch nicht. Nee. Haben wir alle. Okay, du machst hier die Mauer, dann geh' ich auf die andere Seite. Ich denk', da kommt wohl auch nochmal... ...über die Mauern! Sie kommen auf dich zu! ...weil das von uns. Oh, hier ist von Nebel. Sie sind durchgebrochen! Pass auf! Sie kommen auf dich zu! Alter, scheinen da drin! Was? Sind alle drin! Sind die da reingekommen. Boah, mit der Pumpe steht der Sack direkt vor mir! Das ist ein Tanker vor! Schalt ihn aus! Was? Was machen die denn? Alter, der Sheriff! What the fuck? Wieso schießen die auf mich? Oder auf dich? Schon, ne? War für so gestorben. Ja, weil die auf dich geschossen haben! Soll ich hier Arsch-Gesichter... Alter, hört immer auf, auf mich zu schießen! Was machen die hier mit den fetten Boxen? Keine Ahnung! Schalt die versickte Musik ab! Sie lockt die Angels an! Oh nein! Ich hab' Dynamit gerade geworfen, bis zum geht nicht mehr! Alter, ich hab' nur so'n Piepen! Bei der Explosion! Ich hab' die mit denen ab, die sind nicht so komisch! Ja, das sind... Das ist die Droge! Gehen die dann so voll ab? Mach' da hinten die Box kaputt! Ich halt die so lange ein bisschen auf! Die Box! Ja, der gelbe Po-Hunkt! Da hinten! War noch jemand! Oha! Was? Wir haben Raketenwerfer! What?! Uuuuh! Ah, da sind zwei Daumen gegangen! Alter, was die fressen! Oha! 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 So! Ja, komm mal hoch! Haben noch welche? Alter! Ich hab' mir grad' die Pumpe besorgt! Ey! Zwei Schüsse! Minimum! So, ist hier noch was? Irgendwo rennt noch einer rum! Ach da! Hast'n? Was? Was? Ja! Ich geh' halt ab! Ach! 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 Wir haben hier noch mal! Ach! Tracy. Ach, fick dich, Virgil, nicht heute. Ich hab's doch gesagt, vulgäre Ausdrücke sind ein Zeichen für, du trägst deinen Button nicht. Nein, ich trage ihn nicht. Ich brauche einen Schadensbericht. Aber wir sind Kugas. Eigentlich nicht. Siehst du, ich trage meinen Button, der Sheriff trägt seinen Button, die Frau hier. Tut mir leid, wer ist das? Eine meiner Deputies. Ich dachte, deine Deputies wurden geschnappt. Die hier nicht. Sie hat Idenskit so richtig eingeheizt, hab ich gehört. Ist das so? Tja, ich hoffe, du willst dich hier einbringen. Wir brauchen keine Schnorrer. Tracy ist in Ordnung, sobald sie dich näher kennt. Und sie hat nicht ganz unrecht. Es ist einiges zu tun hier. Hör dich einfach um. Schön, dass du hier bist, Rookie. Ist der mir gerade an meine Möpse gegangen? Der hat dir einen Button an deinem Ops hingemacht. Geht mich zwar nichts an, aber lass dich mal von Virgil oder den anderen auf den neuesten Stand bringen. Die wissen, wo wir gebraucht werden. Deputies, geht mich zwar nichts an, aber lass dich mal von Virgil oder den anderen auf den neuesten Stand bringen. Die wissen, wo wir gebraucht werden. Wo hat der den Button angebracht? Genau, da. Du Frauenschläger. Oh Mann. Oh. Also ich bin ja eigentlich nicht, ne? Aber hallo. Toll, ich hier ist aber auch nicht. Pizza. Oh, meine Pizza. Meine, geh weg. Oh, ich tritt dir ins Gesicht und es kommt ein Glasgeräusch. Geil. Oh, schuld. Ey, geil, man kann hier ausrauben. Hallo. Oh Mann. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's heute, oder? Ja. Alles gut hier. Oh, paar Blümchen. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Board. Juhu. Ich habe Apostel. Ich helfe die blinde zu sehen. Ich schäbe die souls. Aber wie der Chosen One gebeten, die vorhin gebeten wird, Gott will never let you take me. Gott gibt. No man can take away.